Genau, Leo. Herzlich willkommen hier im Studio. Gerne. Schön bist du hier. Hey, erklär doch uns ganz praktisch, wie können wir das Abendmahl unter der Woche einnehmen? Sollen wir das jeden Tag machen, einmal in der Woche? Also für mich persönlich, ich brauche es immer, ich muss es kombinieren mit etwas, was ich immer mache. Weil ich habe gemerkt, wenn ich alles zusätzlich mache, dann wird es für mich schwierig. Das heisst, wenn ich aufstehe, ich hole mir einen Kaffee morgen früh, nehme mir ein Stück Brot und ein bisschen Wein und mache zuerst das Abendmahl so zwei, drei Minuten, weil ich mir ganz bewusst das einbauen möchte, zum sagen, Gott, hier bin ich, alles gehört dir und du bist meine Substanz und auch mein Zentrum. Also ich habe es für mich gemerkt, ich muss es kombinieren mit etwas, was ich sowieso mache, sonst vergesse ich das meistens. Und wenn man das jetzt ja so täglich macht, wird das nicht irgendwie einfach Routine und irgendwann weiss man gar nicht mehr, soll man jetzt noch irgendetwas beten, nimmt man es einfach und es tut das, was es tun soll? Es ist ja bei allem so, wenn man Dinge immer wieder tut, kommt die Routine hinein. Das ist auch beim Bibellesen so, beim Beten so. Man muss immer wieder neue Formen finden oder auch vielleicht wieder neue Orte finden, wo man das Abendmahl in dem Sinn einnimmt. Ich habe zum Beispiel angefangen, Bibel zu lesen, Englisch, weil ich gemerkt habe, das ist dann für mich fast jede Geschichte wieder neu. Ja. Man kann auch dann sagen, das Abendmahl, am Anfang nimmt man so eine Woche alleine ein, dann die zweite Woche mit den Kindern, dann einmal auf dem Balkon oder einmal am Abend, am Morgen. Also ich finde, Variation ist mega wichtig, sonst wird es so, es verliert dann die Kraft und auch die Energie. Ja. Du hast ja gesagt, dass im Abendmahl eigentlich die Stärke liegt und Gott da in unsere Schwäche hineinkommt. Was ist, wenn ich das so praktisch nicht sehe? Ich nehme jetzt zwar das Abendmahl, aber ich sehe einfach nicht, dass Gott in meiner Schwäche auftaucht? Das ist eine ganz gute Frage. Für mich ist es immer, ich habe immer eine doppelte Perspektive. Ich sage immer, entweder bewirkt Gott hier auf dieser Welt jetzt ein Wunder, wenn nicht, dann werde ich im Himmel total fit und wie, ich sage immer, wie ein Turnschuh sein. Da gehe ich ab wie Schmitzkatze. Ich habe immer diese doppelte Perspektive, weil sonst wird der Glaube zu einem Gefühl, wenn ich das jetzt nicht gerade alles so fühle, spüre, erlebe, dann sagen ja oft Leute, ja, der Glaube funktioniert nicht in dem Sinn. Und es gibt auch Phasen, wo du dich nicht so nahe bei Gott fühlst. Ist auch in jeder Beziehung, by the way so. Und dann ist es auch bei Gott so. Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass man Variation reinbringt in das, was man tut. Das ist mal das Erste. Und dann auch weiss, Leben ist Seasons. Mal näher, mal weniger. Und dann der Dritte ist für mich, Glauben ist nicht per se ein Gefühl, sondern eine Tatsache, eine Entscheidung. Und entweder, wenn ich es da nicht erlebe, dann habe ich eine Perspektive vom Himmel. Und es ist kein Trostpflaster in dem Sinn, ich vertröste mich ein bisschen von dem, sondern es ist für mich genauso eine Realität. Ja. Also würdest du nicht unterschreiben, dass das Abendmahl ein Zauberritual ist und dann alles gut ist, wenn ich das nehme, regelmässig? Nein, auf keinen Fall. Das sieht man ja auch in der Bibel. Ich meine, die ersten Jünger haben das Abendmahl genommen mit Jesus und dann gingen sie hinaus und wurden verfolgt und umgebracht. Und die waren Martyre in dem Sinn. Aber es ist eine Hoffnung und einen Frieden im Herzen. Das, würde ich sagen, ist der Unterschied zu der Welt. Die Bibel sagt, der Friede in unserem Herzen, der der Geist Gottes uns gibt, hat die Welt nicht. Und das hat noch nichts zu tun mit den Umständen, etwas, was tief in uns drin ist. Und das ist schon etwas wie ein Anker, der ist gesetzt. Den sieht man ja von aussen, nicht ein Anker, oder? Hat auch nicht diese Wirkung, sondern muss etwas fixieren. Und ein Abendmahl fixiert meine Seele und das fixiert auch meinen Geist in Jesus. Das ist ein guter Punkt. Cool. Wieso nehmen wir nicht jeden Sonntag als ganze Tisch das Abendmahl? Es ist so, die Leute haben eigentlich nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, das Abendmahl zu nehmen. Wir haben ja Gebetsstationen, Abendmahlstationen. Aber wir machen es nicht in jeder Celebration, weil es ist auch ein bisschen eine Zeitfrage bei all diesen Elementen, die wir haben. Wir könnten auch immer für die Leute beten im Gottesdienst. Aber wir haben uns entschieden, viele Elemente anzubieten nach dem Gottesdienst. Und ich weiss einfach noch vor Corona, die Leute haben viel, die Becherchen, die waren am Auffüllen. Also das wurde extrem gut gebraucht in dem Sinn, in dem Sinn. Aber es ist immer jeder Person ein bisschen offen, damit man ein bisschen Zeit spart. Ja. Hey cool, danke vielmals. Magst du noch zum Abschluss beten? Absolut gerne. Genau da. Also ich sehne dich im Namen des Vaters, was du weisst. Der allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Gott ist mit dir. Ich sehne dich auch in dieser Liebe von diesem Sohn von Jesus Christus, der an meiner Stelle, an deiner Stelle sein Leben hingab. Aber ich sehne dich auch in der Kraft des Heiligen Geistes, dass du weisst, du bist nie alleine. Es ist nicht meine Kraft, es ist die Kraft Gottes. Der Himmel und Erde, erschuf, wohnt in dir mittendrin. Amen. Amen. Vielen Dank, Leo. Hey, und für dich habe ich noch eine Info. Wir haben ab morgen jeden Tag auf unserem YouTube-Channel ein Abendmahlgebet. Also du kannst ein Video schauen und mit uns das Abendmahl nehmen. Jeden Tag bis nächsten Sonntag. Das ist einfach noch als Info und Ermutigung für dich, dass du das nützen kannst im Verlauf dieser Woche. Genau, und ansonsten wünsche ich dir ganz einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Okay, Wasserabtu, Kinoise. Okay, Wasserabtu, Gesang. Das ist einfach noch eine Konferenz. Okay, Kananazu. Okay. Okay. Das ist alles für eine Generation der Sonntag, das nicht. Okay. Okay, danke. Ich vers绍�, dass sie erst mal passt. Ich freue mich oben steht da dritarian. bei der Gilbergezug. Dann weiter runter und In Kai. Bis zum nächsten Mal.